Ich bin Spieleautor, das heisst, ich entwickle Brettspiele und Kartenspiele. Man braucht den Computer bei der Entwicklung eines Brettspiels natürlich zum Grafiken zu machen, man muss Regeln schreiben, man muss sehr viel kommunizieren mit Leuten und da ist der Computer ein unabdingbares Hilfsmittel. Das reine Testen, also wenn man wirklich die Sachen funktional und auf den Spielspass hin überprüfen will, das funktioniert dann aber ganz analog am Tisch mit realen Menschen. Es gibt den TipToy Stift, den ich jetzt drei Spiele gemacht habe. Das ist eine stiftförmige Konsole, hat vorne einen optischen Sensor, einen Prozessor und einen Audioausgang. Und der ermöglicht es halt, dadurch dass er wirklich einen Prozessor hat, dass man eigentlich relativ komplexe Abläufe in ein Brettspiel hineinten kann. Verändert hat das primär, dass man sich zuerst einmal die Frage stellen muss, wieso brauche ich überhaupt in einem normalen Brettspiel die digitale Komponente? Das muss ein wichtiger zentraler Teil des Spiels sein, weil sonst kann man ein normales Brettspiel machen. Und bei diesen Spielen ist es dann auch so, dass ich ein Programm dazu geschrieben habe, weil ich nicht mehr testen konnte, nur mit Papier und Bleistift. Ich habe mit einer einfachen Programmiersprache, die optisch funktioniert, wo man quasi Lego-Klötzli zusammensetzt und dann ein Programm so generiert, die Spiele quasi simuliert auf dem Computer. Die anderen Spiele haben ganz normal gespielt. Und jedes Mal, wenn sie mit dem Stift irgendetwas angetippt haben, habe ich das auf dem Computer nachvollzogen, genau das Gleiche gemacht. und konnte dann in Echtzeit reagieren, so wie die Stift auch reagieren würde, was, wenn ich das jetzt nur mit Papier gemacht hätte, eben nicht möglich gewesen wäre. Man hat in den letzten 10-15 Jahren einen ziemlichen Boom von anspruchsvolleren Spiele. Und ich habe erlebt, dass gerade bei Leuten, die vom Computerspiel kommen, wenn man diese zum Brett spielen möchte, dann eben nicht der normale Einsteiger-Approach etwas Einfaches, schnell erklärt, wenig Regeln. Jemand, der komplexe Aufbaustategiespiele am Computer spielt, der sucht auch am Brett eher komplexere Spiele. Und dort ist, glaube ich, schon aus Benutzersicht etwas passiert.